Report. Roommates dieses Landes, es ist soweit AWFNR Folge 395.318. 326. Das ist nicht so schwer, es sind drei Zahlen nacheinander. Mann, ich habe es vergessen, als wir das gesagt haben. Es gibt einen Stammtisch jetzt, einen virtuellen Stammtisch. Auf Facebook sind bisher 28 Leute da. Wenn ihr da mitreden wollt, wir beide sind schon angemeldet, aber bisher ist es nur so, hey, na, und es fehlen ein paar Opinion-Lieder, würde ich sagen, im Stammtisch, auf Facebook, auf der AWFNR. Man muss dazu sagen, meine Stammtisch-Anfrage ist noch in der Mache. Man hat mir gesagt, es ist nicht safe, dass ich zugelassen werde. Vielleicht könnt ihr mitmachen und mir sagen, was da besprochen wird. Was haben wir noch besprochen diese Woche? Joko, erzähl mal. Wir haben, wenn wir am Stammtisch sind, über urige Wirtschaften gesprochen, aber vor allem auch von dem krassen Gegenteil einer urigen Wirtschaft. Ich war auf einer Gala, auf der Aids-Gala in Berlin und es war sehr schön. Da habe ich sehr groß und breit drüber erzählt. Das stimmt. Wir haben über unsere... Was haben wir noch? ...Arbeits- das ist Commuting sozusagen, also der Transport. Du bist Zug gefahren, ich bin anders gefahren. Du bist Helikopter geflogen und Privatjet. Da muss man schon nochmal sagen, das ist, ich verstehe nicht, finanziell wäre ich eher in der Lage, dein Leben zu führen, aber ich bewege mich so, wie finanziell dein Leben aussieht. Man muss sich das Plus Eins, ich bin ja immer nur Plus Eins und ich bin ja auch immer nur eine Zecke, die sich an Würte ranhängt und die dann so ein bisschen aussaugt. Ja, da kommen wir auch zum nächsten Thema. Du bist nicht einmal selber Weltmeister geworden, aber zum achten Mal der Weltmeisterfotograf. Du kleine Zecke. Ich bin wieder prall gefressen nach einem Wochenende in Austin. Hört es euch selber an, den ganzen klarer Radarsch. Ladies and Gentlemen, das ist eine neue Ausgabe von AWFNR, was euch wie immer präsentiert wird von... O2, für mehr O in deinem Leben und es ist ausgezeichnet mit der... Goldenen Hände! Los geht's! Das ist ein bisschen wie auf einem Kürbis, wenn einer sagt so, wollt ihr noch, könnt ihr noch, noch eine Runde! Kannst du das mal ansagen? Kannst du mal so als Ansager richtig? Mach das einmal bitte kurz. Was willst du jetzt? Dass ich das wie wie so ein Typ auf einem Kirmes mache? Ja, ja. Das hatte ich jetzt erwartet. Zum Ende des Intros, dass du nochmal so... Das kann ich. Ja, komm. Das kannst du nicht. Das wäre das Erste, was Joko Winterscheid nicht kann. Ich schäme mich gerade. Können wir bitte einfach anfangen? Das ist mir richtig unangenehm. Joko, ich spiele das Intro erst ab. Joko, hör jetzt auf. Sei jetzt mal vernünftig. Joko, hör jetzt auf. Lass mich ausreden einmal kurz. Es ist immer das Gleiche mit dir. Du hast jetzt einmal eine Sache zu deliverieren. Ich spiele das Intro erst, wenn du deine Jahrmarktansagerstimme gespielt hast. Dass du einmal die Leute motivierst dazu, wie sie lustig drauf sind und dass sie ein bisschen Spaß dabei mit der Sache haben. Und mit Gewinne, 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 Gewinne. So in der Art und Weise. Bitte einmal sauber und dann spiele ich das Intro. Und dann geht's hier auch los mit alle Wege führen nach Ruhm. Paul, ich sag dir eins. Ich entmystifiziere jetzt alles. Wir nehmen diesen Teaser immer als allerletztes auf. Ich kann jetzt auch einfach auflegen. Dann passiert hier gar nichts mehr. Joko, ich lass mich von dir doch jetzt hier nicht erpressen. Ich mach das gerne ein andermal. Aber nicht heute. Ich fühl mich nicht danach. Weil ich hab das Gefühl, jetzt ein bisschen viel Druck auf dem Kessel. Ich kann nur noch unter... Hör mir zu. Ich würde dich ja nie. Joko, lass mich jetzt mal ausreden. Das ist geil, wenn man das sagt. Du unterbrichst mich! Ich würde dich nie erpressen. Aber ich poste sonst das Foto aus der Badewanne. Ladies and Gentlemen, kommen Sie näher, kommen Sie ran. Jetzt ist ja eine neue Folge. Wer hat noch nicht mehr Willen? Auch mal jeder kann was haben. Hier eine neue Folge. AWFNR 326. Möck, 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 möck. Los geht's! Stark. Sehr gut. Sehr gut. Die schäm ich immer noch. Jetzt bitte wirklich. Fahr den Jingle jetzt endlich ab, Mann. Joko, bist du schon dran? Ich bin schon dran. Was ist los? Was ist los? Ich bin gerade ans Telefon gegangen und mir ist es runtergefallen. Hast du das gerade gehört? Und ich dachte, so klassisch, man ruft dich an und du gehst einfach ran und man wird erst mal gar nicht beachtet, sondern es gibt noch was Wichtigeres zu tun. Ich bin hingefallen beim Rangehen sozusagen. Und dann habe ich es ganz, ganz schlecht versucht mit den Füßen zu fangen, damit es nicht kaputt geht. Und bin dabei fast umgefallen gerade. Das war leider, leider siehst du nicht, sondern hörst mich nur. Es tut mir leid. Wie geht's dir? Wie steht's dir? Was ist los? Wo bist du? Was passiert in deinem Leben, mein lieber Freund? Wir haben hundertmal versucht, uns anzurufen. Und es hat nicht einmal geklappt. Aber jetzt habe ich dich. Jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Wir haben uns beidmet. Wir haben uns wieder. Ich bin in München. Ich sitze ganz entspannt. Ich weiß noch nicht, ob ich dir das sagen soll, wie ich sitze, weil dann kriege ich nachher wieder, sagst du mir dann so, du musst dich einfach mal ein bisschen mehr aufrechtsetzen. Das ist besser für deinen Rücken oder so. Ich sitze auf dem Boden und freue mich des Lebens. Aber gekrümmt, also so als in so einer... Ja, ich habe so eine Körperhaltung mittlerweile an den Tag gelegt, wo ich mir selber Gedanken mache. Aber ich bin halt auch schon alt. Ich werde halt immer älter. Ich merke das einfach, dass das nicht mehr so spurlos einfach an mir vorbeigeht, das Leben. Ich habe Wehweh hier. Ich habe wirklich... Aber das kann ich dir schwer erzählen. Du bist über 40. Du bist ja schon einen Schritt weiter. Ich bin 40. Ich bin 40. Du bist über 40. Nicht über 40. Gefühlte Mitte. Ja, ich gehe auf die 31. Ja, hast recht. Aber vom Kopf her eher so 16. Darf man ja auch nicht. Mitte 40. Ich bin Mitte 40? Ne, das bin ich nicht. Das ist Klaas. Klaas ist geistig... Ich auch. Geistige... Was? Du bist doch nicht... Du bist der berufsjugendlichste Mensch, den ich kenne. Ja, das heißt ja, dass man im Kopf noch jung ist und dann aber ein Kind... Also ich meine, was ich jetzt am Wochenende schon wieder, wie ich durch die Gegend dobs und was für einen Schwachsinn ich erzähle und Pippi Langstrumpf, die männliche Version von Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, das ist schon eher wie ein 16-Jähriger. Aber du hast doch gerade gesagt, du bist so alt. Ne, ich bin auch im Kopf 16. Ach, 16 hast du gesagt. 16, ja. Du und ich... Ich habe es echt zig verstanden. Nein. Zum Glück haben wir das jetzt geklärt. Joko, wolltest du dir von auflegen, wenn du sauer bist? Boah, das ist ja richtig krass gewesen. Ja, ich war richtig aggro gerade. Ich wäre am liebsten, wenn ich die Leitung gekommen hätte, ich verprügelt, du Arschloch. Also, du wirst alt, du hast Wehwehchen, du sitzt da, du bist in München. Wie war die Berliner Woche? Du warst eine komplette Woche in Berlin, oder? Ja, das war gut. Das war gut. Ich muss aber ganz ehrlich feststellen, für mich, ich will nie wieder zurück. Ich habe so nach einer Woche... Du hast nach drei Tagen gesagt, das ist mega geil hier, vielleicht ziehe ich es auch wieder. Ja, dann sind aber noch vier Tage hinzugekommen und die haben es gedreht. Nein, aber das habe ich festgestellt in dem Moment, als ich Sonntagabend nach Hause kam, mir bei der Pizzeria meines Vertrauens eine Pizza geholt habe, mir ungefragt ein mittlerweile wieder alkoholisiertes Bier hingestellt wurde und gesagt hat, so dauert 20 Minuten, hier trink ein Bier. Und es war einfach so schön und so nett, die haben sich so gefreut, mich zu sehen. Das habe ich in Berlin nie gehabt, dieses Gefühl. Und das ist einfach unabhängig davon, ob man mich kennt oder nicht, sondern es war wirklich einfach, das ist einfach eine sehr, sehr herzliche Atmosphäre hier. Ich habe dieses Bier getrunken und bin ganz selig nach Hause gefahren, habe meine Pasta mit Scampi gegessen und habe es mir gut gehen lassen. Und es war einfach mega, ich weiß nicht, ich bin hier angekommen und habe mich richtig wohl gefühlt. Und auch heute, ich kann mich fast nicht bewegen, ich war heute in der Stadt, war zwei, drei Termine gehabt und habe danach noch ein bisschen eingekauft und dann war ich im im, es gibt schon so ein, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Glöckel heißt es, glaube ich, so ein Rostbratwurst, Nürnberger Rostbratwursthaus. Da bin ich rein, weil ich aber auch versuche zu vermeiden, zu viel Fleisch zu essen und habe mir eine Schupfnudelfanne mit Rahmsauerkraut und Bergkäse über Backen bestellt. Man hätte mich nach Hause rollen können, aber ich war so glücklich in diesem Moment. Ich saß da und dachte mir nur so, so eine richtig geile, urige Wirtschaft mit bestem Essen, mit leckerstem Bier, was ich jetzt heute Mittag weggelassen habe, weil es Mittag war. Aber es war einfach so geil. Dann kam tatsächlich so ein Herr zu mir, was mich total gefreut hat und meinte nur, ich kann bayerisch jetzt nicht gut, aber du weißt nur, welcher Dialekt das sein soll. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, also dass ich Sie hier sehe, das ist für mich ein solches Highlight. Ich hätte nie gedacht, dass jemand für Sie in einen solchen Laden reingeht, das finde ich richtig gut. Das zeigt mir auch, dass die Gastfreundschaft hier in Bayern und in München, dass es noch funktioniert, wenn so junge Leute wie Sie, muss man dazu sagen, ich war mit 40 der Jüngste in dem Laden, wenn so junge Leute wie Sie hier reinkommen, das freut mich massiv. Dann habe ich noch gesagt, ja, das freut mich auch. Ich meinte, das finde ich richtig gut. Ich weiß auch, wer Sie sind. Ich weiß, wer Sie sind. Ich weiß, was Sie machen. Ich finde es toll, dass Sie hier als die Person, die Sie sind, dass Sie sich hier reinsetzen. Und das hat mich dann auch so wahnsinnig gefreut, weil, das ist einfach so ehrlich, in Berlin hätte es dir keiner ins Gesicht gesagt, vielleicht hätte es einer gedacht, vielleicht auch das krasse Gegenteil. Aber in München ist es dann einfach so, Mensch, da kommt jemand zu dir und sagt dir, ich finde es toll, dass Sie hier in dieser Gastwirtschaft essen gehen und nicht im Drei-Sterne-Restaurant um die Ecke. Vielleicht dachte aber auch Florian Silbereisen, der ist zu Besuch. Ne, well, kann auch sein. Ich hatte Florian mal gebeten, ob er mir fürs Duell um die Welten Aufsage macht, wo er im Auto sitzt und hier das Duell um die Welt anpreist, vielleicht hast du ihn damals gesehen auf Instagram, da kam wirklich ein Kameramann zu mir und meinte so, es ist absurd, wie ähnlich du dem Silbereisen in diesem Video siehst, es ist total verrückt. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber krass. Und dann war ich ganz kurz so, wer verarscht jetzt hier wen? Also da war ich kurz verunsichert. Haben denn die Traumschiff-Folge eigentlich schon? Ne, die kommt erst Weihnachten. Die kommt erst Weihnachten. Das ist ja bald. Weihnachten und Silvester. Ja, das ist nicht mehr lang. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe noch nichts gesehen. Ich habe noch nichts gehört. Und ja, mein Gott, es ist ja nicht alle Tage, dass mich jemand fragt, ob ich schauspielern möchte. Aber ich bin sehr gespannt, wie ich das wohl gemacht habe. Wie gesagt, ich habe noch nichts gesehen. Ich weiß, das Flo ab und an muss man ja... Hat dein Agent da... Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Hat dein Agent Schnittfreigabe da verhandelt? Macht man sowas? Nein. Als Star? Nein. Nein, oder? Aber theoretisch... Nicht bei so einem... Das ist ja... Wie nennt man das? Ich glaube, in der Sphäre, wo ich da beim Traumschiff unterwegs war, da ist man so... Das war so mehr auf 450-Euro-Basis, was ich da gemacht habe. Das war jetzt nicht wirklich so, dass man da groß hätte irgendwas reinverhandeln können. Ich habe es ja tatsächlich als Ritterschlag empfunden, dabei sein zu dürfen. Okay, die will ich mir unbedingt anschauen, die Folge. Wenn du so da... Ja, ich kann sie, weil wenn du... Weiß ich nicht, kannst du... Hast du hier Dings? VPN. Ich habe inzwischen einen VPN-Player. Und da hat mir das letztens... Ich wollte... Was habt ihr da bei dem Live-Ding gemacht? Sind alle... Kannst du mir das... Einmal ganz kurz in die Werbung. Ich muss kurz zu Rewe rein und dann kommen wir zurück. Ich muss was einkaufen gehen. Und zwar geht es heute um eine Aktion von Rewe. Geben, teilen, leben, denn einander helfen macht uns stark. Es ist tatsächlich... Hier in Amerika gibt es das auch oft. Da kann man an der Supermarktkasse für bedürftige Lebensmittel vor, eingekaufte Lebensmittel mitkaufen. Und das mache ich immer und finde ich auch total richtig und gut so. Und das kann man jetzt in allen Rewe-Filialen Deutschlands machen. Aber die Details hast du ja mal für mich, lieber Joko. Die Details habe ich aber nicht nur in den Filialen, sondern auch online. Rewe hat vorgepackte Tüten. Fokus auf langhaltbare Lebensmittel, weil diese Tüten werden der Tafel, also bundesweit den Tafeln zur Verfügung gestellt. Da sind sechs Produkte drin, die dann quasi individuell zusammengestellt sind. Man kann diese Tüten für fünf Euro sowohl im Laden als auch online mitbestellen. Und die werden dann 100 Prozent der Tafel zur Verfügung gestellt. Rewe selber geht hin und sagt, 40.000 Tüten haben wir schon mal gepackt und spenden die selber. Aber bei jedem Einkauf von Rewe könnt ihr mit nur fünf Euro mehr etwas so Sinnvolles und etwas so Gutes tun, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr beim nächsten Einkauf euch egal ist, wo ihr hingeht, dass ihr auf jeden Fall zu Rewe geht. Weil ich finde, das ist was, das muss man unterstützen. Kannst du das einfach mal machen in einem Rewe? Bitte? Ich? Und auf Insta posten, bitte? Das kann ich machen. Ich habe ja keinen hier. Ich würde es auch machen. Ich gehe zum Rewe und mache zehn Tüten davon, bitte. Und kaufst du zehn Tüten davon, bitte? Ihr habt gewonnen gegen ProSieben. Ihr hattet 15 Minuten. Ihr habt ein Gerät entwickelt. Lass mir noch einmal erklären, was es überhaupt ist, weil ich habe ja leider keinen Fernseher. Achso, das ist ein Gerät, ich sage mal, die ganzen Rechtspopulisten, die irgendwelche Behauptungen in die Welt stellen und sagen, so und so ist die Welt in ihren Augen, was ja aber in den meisten Fällen leider gar nicht stimmt, wie sie es behaupten. Klimawandel. Es gibt keinen Klimawandel. Es gibt keinen Klimawandel. Da ist ja jetzt nichts von den Punkten, die wir aufgenommen haben. Wir haben eher die ganzen, wirklich ganz krassen rechten Themen wie, ja, irgendwann gibt es keine Deutschen mehr in Deutschland, das deutsche Volk soll ausgetauscht werden. Zuwanderung. Die nehmen unsere Frauen weg. Solche Themen, genau. Wirklich genau solche, sag ich mal, sehr steilen Behauptungen, die sie da aufstellen, die irgendwann aber nicht mehr hinterfragt werden, weil sie es so oft bedienen, dass man das irgendwann so fast glaubt, wenn man es nicht selber hinterfragt. Und wir sind hingegangen und haben mit sehr renommierten Journalisten und mit Leuten, die quasi noch mehr Ahnung haben als wir, sind wir hingegangen und haben die Fakten zusammengetragen zu genau diesen, sag ich mal, meisten Thesen oder den meisten Behauptungen, die diese Rechtspopulisten aufstellen, die diese Rechtspopulisten aufstellen und haben gesagt, wenn du mal irgendwo bist, wo irgendein Hayopi irgendeine Scheiße wiedererzählt, wie denn was aussieht und du denkst dir so, warte mal, da würde ich doch gerne jetzt mal einfach jemanden zurate ziehen, der wirklich Ahnung hat. Da haben wir dieses kleine Gerät verentwickelt und da waren acht, oder da sind acht faktenbasierende Antworten auf die, sag ich mal, häufigsten Behauptungen aus dem rechtspopulistischen Kreis und da kannst du draufdrücken. Das ist am Ende so ein Gerät, wie wenn, ich weiß nicht, Scooter hat so ein Ding, da kannst du draufdrücken, da kommt dann Hyper Hyper raus oder How Much Is The Fish oder das gleiche Gerät gibt es auch, da drückst du drauf, da kommt dann Furz raus. Quasi ein Mini-Sampler wie von den Stieber Twins damals, weißt du? Quasi wie ein Mini-Sampler, ja genau. Aber eigentlich nur, damit man Menschen die Fakten an die Hand geben kann, die sie brauchen. Ob die dann das Gerät einsetzen oder sich einfach die Fakten selber mal anhören, ist dabei, glaube ich, sekundär. Aber wir haben dieses Gerät rausgebracht und haben so eine Art Verkaufssendung gemacht in den 15 Minuten, wo wir dieses Gerät angepriesen haben. Und das war das Verrückte, wir haben die Seite aufgesetzt und ich glaube, das Größte, was wir ordern konnten, waren 400.000 Zugriffe die Minute auf diese Seite, also auf die Kräfter.de-Seite. Und das System ist dem nicht standgehalten. PayPal, ich weiß gar nicht, ob ich dir das hier erzählen sollte, aber ich sag's einfach mal, wir haben PayPal in die Knie gezwungen. Glückwunsch. Ja, weil das Krasse natürlich ist, in 15 Minuten da so viel Power drauf zu bringen, war halt einfach so ein bisschen, du weißt ja immer nicht, wie sowas ankommt. Kann ja auch sein, dass es halt ein Riesen-Desinteresse gibt zu dem Thema. Man ist ja nicht sicher, nur weil, nein, nein, aber muss man ja nicht, ob man weiß, ob man mal sagt. Das ist ja ein richtiges Thema und da weiß man ja schon, dass das Thema ist. Ja, voll, aber guck dir die Wahlen in diesem Land an und du fragst dich halt schon so, wie kann das sein, dass die eine Partei da über 20 Prozent bekommt in dem einen oder anderen Bundesland. Und dann weißt du halt nicht so, naja, vielleicht sind wir jetzt mittlerweile aber auch so weit in der Unterzahl, dass es halt kein Schwein mehr interessiert. Und dann ist es umso schöner festzustellen, dass man mit so Zugriffszahlen von 400.000 plus die Minute tatsächlich es hinbekommt, eine Seite noch in die Knie zu zwingen, wo wir nicht gedacht hätten, also es war die größte Kapazität, die wir jemals aufgebucht haben, dass das zu wenig sein wird. Wir sind wirklich massiv, also 400.000 Zugriffe in der Minute haben nicht ausgereicht, um diesen Seitenstand festzukriegen. Glückwunsch, gute Aktion, finde ich. Voll. Das ist genau richtig dafür. Und natürlich auch Glückwunsch, dass ihr gewonnen habt. Vielen Dank. Wie steht es in Summe? Ich glaube fast immer noch unentschieden, zwei, ja. Wir haben viermal, viermal, nee, jetzt mit beiden Staffeln viermal gewonnen, viermal verloren. Acht, vier, vier von acht Versuchen. Ja. Das ist doch ganz gut. Und jetzt aber zu den wichtigen Themen, wie war die Hafenrundfahrt? Die Hafenrundfahrt war unangenehm. Insofern, als dass ich das irgendwie ein bisschen schöner in Erinnerung hatte. Aber es war zumindest gesundheitlich gut. Das ist ja immer so, ich finde das Geile an solchen Untersuchungen ist ja, wenn man sich dann da so Darmkrebsvorsorge macht und Speiseröhre habe ich auch noch gemacht und Magen auch. Also alles in einem. Wie ist Magen von oben dann an Speiseröhre? Genau. Da schluckst du eine Sonde, oder? Ja, genau. Du bist Gott sei Dank komplett raus. Ich liebe ja, das klingt jetzt sehr pervers, aber ich liebe ja diesen Propofol-Schlaf, wenn die dir diese weiße Ziegenmilch da in deiner Vene pumpen und du einfach so weggdösen. Die sagen so, zählen Sie mal von zehn runter und du weißt ganz genau, es wird nicht passieren, dass ich bei vier ankomme. Aber dieser Zustand, wenn wir so leicht wegdämmen, was ich glaube, ich habe sogar noch beim Wegdämmen gesagt, oh, ist das geil. Und ich glaube, die haben auch gedacht, gut, überall angekreuzt, nehmen Sie Drogen? Nein. Und dann in so einem Moment zu sagen, oh, ist das geil. Ich glaube, die haben mir nicht ganz geglaubt, dass man noch nie irgendetwas konsumiert hätte. Aber das war wirklich, fand ich sau angenehm und sau schön, wie man da so wegdämmert. Und dann wirst du halt wach und dann ist alles vorbei. Das finde ich immer das Verrückte, wie das getimt werden kann. Also wie sehr die steuern können, dass du schläfst. Und dann war ich danach beim Doc. Es gab, um ins Detail zu gehen, es wurden 13 Proben, Gewebeproben entnommen aus meinem Körper. Was passiert, wenn man einen visuellen Anfangsverdacht oder sowas hat, wenn irgendwas außergewöhnlich aussieht? Ja, genau. Er meinte, da ist jetzt aber nichts dabei gewesen, was so besorgniserregend aussah, dass man sich, wie das Wort schon sagt, Sorgen machen müsste. Es waren jetzt einfach nur faktische Notwendigkeiten von, das war nicht ganz normal, deswegen haben wir vorsichtshalber mal was genommen. Ich habe jetzt aber auch noch nichts gehört. Ich kriege die Befunde, bekomme ich erst morgen oder übermorgen. Und dann bin ich mal gespannt. Aber das war beim letzten Mal genau das Gleiche. Da haben sie auch irgendwie acht oder neun Proben entnommen. Das machen die halt immer, einfach nur um vorzusorgen. Ich habe so zwei, drei andere Abnormalitäten, wo er sagt, da muss man ein bisschen darauf achten, dass sie bei eher ihre Ernährung oder das kann auch Stress sein, wo ich dachte, ach Quatsch, das glaube ich nicht. Aber im Großen und Ganzen eigentlich alles gut. Und das Schöne an solchen Untersuchungen ist ja wirklich, dass du dann auf einmal dann da sitzt und feststellst, ach, mir geht's gut. Also so. Und das Krasse ist, ich hatte ja, ich weiß nicht, was ich glaube, ich hätte dir gesagt, dass ich vor drei oder vier Jahren das letzte Mal war. Ich war vor sieben Jahren das letzte Mal. Und das ist schon verrückt, wenn man so jemanden selber die Zeit... Man nimmt es viel kurzfristiger wahr, wenn man ja denkt, ja... Ja, total. Und er meinte auch, eigentlich ist so ein Turnus von fünf, sechs Jahren, gerade wenn man so familiär vorbelastet ist, wie ich es bin, sollte man da schon irgendwie kürzere Abstände halten. Und das finde ich aber immer beruhigend, wenn man dann eigentlich weiß, es ist nichts, sondern alles gut. Das freut mich sehr. Wie war die Zugwoche? Was hast du diese Woche in den Zügen der Deutschen Bahn? Gibt es halt... Ich komme zu fragen, wo du bist und wo ich dich... Ach, das war eigentlich... War Samstagabend, war ich auf der Aids-Gala in Berlin. Aber du bist Zug gefahren. Ich will das jetzt mal kurz festhalten. Ja, ja, nein, 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 genau. Ich fahre die ganze Zeit Zug. Ich fahre die ganze Zeit Zug. Aber eigentlich muss man so ein bisschen vorweg den Samstagabend erzählen, weil ich auf der Aids-Gala war, das Operngala 26., der war sich dann auch so... In Berlin, ja, genau. Außer verrückt, für die 26 Jahre gibt es diese Veranstaltung. Das ist der... Jetzt komme ich in Schwierigkeiten. Das ist tatsächlich privat initiiert. In Schwierigkeiten, weil ich jetzt mir so zusammenreime. Manuel Neuers Frau. Ja? Ja. Von der Frau der Papa. Der macht das. Wirklich? Ja. Okay. Und ist Aids noch eine echte Bedrohung? Also ist das... Ja, das ist... Und das fand ich auch das Faszinierende. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich komme da gerne hin. Und weil da wirklich dann Vorträge sind, sage ich jetzt mal so, über den Status Quo der Krankheit. Im Sinne von... Da war Jens Spahn, der dann irgendwie vorgesprochen hat als Gesundheitsminister. Dann... Wie hieß der? Drummer? Drumford oder so von so einer Organisation, die heißt One, die weltweit Geld sammeln, um über Aids-Aufklärung oder Aids-Aufklärung zu ermöglichen, aber auch um Forschung zu bezahlen, etc., etc. Die haben, glaube ich, schon über 8 Milliarden Dollar eingesammelt in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren. Was ich eine absurde Summe Geld für Charity. Also Wahnsinn einfach. Und es ist natürlich noch eine Bedrohung. Also nur weil es bei uns so ist, dass das jetzt vielleicht nicht mehr jeden Tag irgendwie irgendwo in der Presse auftaucht, ist aber natürlich eine existierende Krankheit. Und es gibt jedes Jahr noch Tausende von Neuinfizierten. Du hast natürlich eine viel, viel größere Überlebenschance mittlerweile. Also wo ist es? Ist es immer noch ein Afrikaner? Es ist immer... Ich wollte gerade sagen, es ist sehr viel in Afrika. Vor allen Dingen da, wo halt die Aufklärung fehlt. Das Gute ist aber, dass halt die Medikamente eigentlich sehr, sehr weit sind. Dass du halt damit nicht unmittelbar mit der Diagnose dann auch quasi einen Todesurteil hast und nicht weißt, wie lange du noch lebst, sondern du kannst damit sehr lange mittlerweile leben. Aber, und das ist ja das Krasse, es gibt halt immer noch nicht so das eine Ding, was dafür sorgt, sodass man sagt, die Krankheit ist 100 Prozent besiegbar. Sie kann halt eingedämmt werden. Und es gibt halt immer noch wahnsinnig viel Notwendigkeit für Aufklärungsarbeit. Und dafür brauchen sie halt das Geld, dass diese Krankheit sich nicht über den Weg nochmal weiter verbreitet oder neu verbreitet oder wie auch immer. Und das finde ich halt krass, dass das eigentlich... Und das ist die 26. Veranstaltung gewesen. Ich glaube, die hatten jetzt nicht nur seit 26 Jahren diese Gala dazu, sondern ich glaube, der Vater von ihr ist da schon wesentlich länger involviert und engagiert sich da. Und wenn du das jetzt mal zurückspulst in der Zeit, ist es ja auch so verrückt, zu welchem Zeitpunkt der erkannt hat, es muss doch jetzt irgendwer mal hier eine Initiative ergreifen und loslegen und diese Krankheit rausholen aus diesem formandlich nur homosexuellen, was ja da am Anfang immer so das Thema gewesen ist, Umfeld, sondern zu sagen, nein, das ist einfach eine Krankheit, die kann jeden treffen. Und das ist eine Krankheit, die müssen wir gemeinschaftlich angehen und die müssen wir vor allen Dingen in die Mitte der Gesellschaft holen, damit sie akzeptiert und anerkannt wird und dass Leute anfangen, Geld auszugeben für Forschung. Weil das ist das Einzige, womit wir diese Krankheit beherrschen können. Und das fand ich einfach wahnsinnig interessant, das dann da nochmal so zu hören, dass es im Jahr 2019 immer noch eine Notwendigkeit gibt, diese Krankheit so wahnsinnig weiter zu erforschen. Und deswegen hat sich das total gelohnt. Nebenbei hat man noch eine Oper sehen können, weil es eine Operngala ist. Und es war natürlich der Klassiker. Ich hatte über einen gemeinsamen Freund hier von Neuers und von mir, der dann gesagt hat, komm doch mit, wäre doch cool. Dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Habe dann gedacht, gut, ziehe ich einen Anzug an. Da hatte ich dann aber nicht so wirklich nochmal drüber nachgedacht, dass der Name Gala ja eigentlich Smoking bedeutet. Da war ich der Einzige, der dann einen Anzug trug, was ein bisschen komisch war. Aber eine Krawatte immerhin, oder? Eine Krawatte immerhin, aber man fühlt sich dann immer so ein bisschen als Außerirdischer. Aber es war halt mega. Ich stand regelmäßig mit kurzen Jogginghosen und Kapuzenpulli bei so Veranstaltungen. Ja, bei dir ist das aber, glaube ich, bei dir weiß man, dass es so ist. Ich glaube, dir würde man es auch verzeihen. Bei mir habe ich dann immer Schiss, dass irgendwer sich Gedanken macht. Na ja, natürlich, jetzt trägt er kein Smoking, weil er das auch voll terrible sein will. Wo ich denke, meine Herren, ich würde auch ein Smoking tragen, habe ich schon oft genug gemacht. Aber wurscht, das Krasse war aber eigentlich dann so die ganze Veranstaltung. Hast du einen Smoking, also besitzt du einen echten eigenen Smoking? Ich habe sogar mehrere Smokings. Ich habe einen weißen, einen schwarzen aus Kord, einen schwarzen aus Samt, einen dunkelblauen und einen, ich weiß nicht, was das ist, fliederfarbenen aus Samt. Mit dem fliederfarbenen habe ich ein sehr schönes Foto. Als Showoutfit, ja. Aber natürlich auch, wenn du genau auf solchen Events eingeladen bist, dass man sich halt dementsprechend kleidet, wenn es gewünscht ist. Mit dem fliederfarbenen gibt es ein sehr schönes Foto von Lena Gerke, David Beckham und mir. Da habe ich die GQ Awards damals moderiert. Und da hat David Beckham ein Award bekommen, Lena Gerke hat ihn verliehen. Und das war noch so in den Anfangszeiten der Selfies. Da war das noch nicht so, dass man das einfach gemacht hat. Und dann bin ich auf der Bühne, hatte ich Lena vorher gefragt, sag mal, hast du Bock auf ein Foto mit ihm? Ich glaube, die einzige Chance, dass wir eins persönlich kriegen, ist heute Abend auf der Bühne, wenn du da ihm den Preis gibst und ich dann daneben stehe. Und dann meinte sie, oh ja, mach das. Und dann habe ich dann nur zu ihm gesagt, habe so das Telefon rausgeholt und habe gesagt so, I have one last question, Mr. Beckham. Und dann guckte er so in meine Hand und sagte so ganz leise, nicht übers Mikrofon, sondern ganz leise nur zu mir, you gotta be fucking kidding me. Weil er keinen Bock auf das Foto hatte und dann habe ich ihn angegrinst. Und dann hat er aber auch sofort ein sehr professionelles Lächeln aufgesetzt. Genau, ein sehr professionelles Lächeln aufgesetzt. Und dann habe ich so, would you take one last picture with Lena and me? Und er so, yes, of course, I'd love to. Und dann dachtest du dir nur so, alter, was bist du für ein krasser Typ. Wie leise er, weil der hatte so ein geiles Bügelmikrofon an, wie leise er gesagt hat, you gotta be fucking kidding me. Das werde ich nie vergessen. War ein sehr, sehr guter Moment. Bist du bei Lena auch eingeladen zu der Weihnachtssache in unserem Lieblingshotel im Stangewirt? Bei Lena? Anscheinend nicht. Die feiert einen Weihnachtsfest. Was macht die da? Weiß ich da nicht. Ich habe nur eine Einladung bekommen. Das ist, glaube ich, die feiert ihre Kollektion. Lena Gerker hat mir. Die macht doch immer so ein Weihnachtsfest. Das war ein Adventsfest. Da Lena Meyer-Landroth singt dann da und das Who is Who ist da. Aber ich glaube, du nicht. Anscheinend who not. Im Stangewirt. Ich war ganz überrascht. Das ist ja mit About You zusammen. Und mit denen mache ich ja auch was. Ich habe jetzt keine Veranstaltung im Stangewirt. Ich meine, naja. Lena ist ein bisschen. Aber Lena Gerker hat doch auch ihre Sommerkollektion da irgendwo, wo war das, Anacota Syr gezeigt. Also vielleicht läuft es bei ihr besser als bei dir. Die verkauft, glaube ich, 150 Mal so viele T-Shirts wie ich. Das ist ziemlich safe. Die macht das ja auch sehr, sehr gut. Man macht sie total. Willst du mein Plus 1 sein? Willst du mitkommen? In mein Doppelzimmer. Ich gehe da vielleicht hin. Ende November. Sag doch mal das genaue Datum und Ort nochmal, damit das auch schön dir eingetragen wurde. Ende November sind noch ein paar luftige Slots drin. Ich schicke dir nachher mal, wann ich kann und dann kannst du mir mal sagen, ob das einer der Tage ist. Würde ich drüber nachdenken wollen, ob ich dein Plus 1 bin. Ich wollte aber noch eine Sache zu dieser Aids-Operngala sagen. Also neben dem ganzen wirklich echt spannenden, informellenden Teil, was dann ja jetzt auch nicht so gang und gäbe ist, dass man auf so eine Veranstaltung geht und denkt, man wird nochmal über eine Krankheitsbild oder über eine Krankheit als solches so komplett neu abgeholt. Und so zum Nachdenken angeregt. Habe ich mir eine Oper angucken können oder mehrere. Da waren irgendwie sämtliche Opernsänger dieser Welt versammelt und haben da irgendwelche Stücke von Tosca über Traviata alles zum Besten gegeben. Max Rabe hat durch den Abend geführt, was sehr, sehr lustig war. Da hat dann immer so Ernesto schrieb in die WhatsApp-Gruppe, wie schaut's aus, meine liebe Gunnhilde, ich hätte heute Abend Lust, etwas mit dir zu unternehmen. Also der hat quasi immer so die Inhalte der gleich zu hörenden Oper ins Hier und Jetzt übertragen. Und dann so, ja, das war eine alte Nutte, die hat im Puff gearbeitet. Der hat das irgendwie sehr, sehr geil gemacht. Das war sehr lustig, weil es war jetzt auch nicht so das Klientel, alles sehr gesetzt. Das Publikum so, da wurde immer laut gelacht, wenn er dann rauskam zwischen den einzelnen Oper-Parts, dann irgendwie dann seine Zusammenfassung gemacht hat. Aber jetzt kommt das Eigentliche. Unser Kumpel Micky, mit dem wir da auch mal auf, als wir mal auf Ibiza waren. Nee, der andere, der andere Micky. Ja, der Micky, der Micky aus Frankfurt. Der war da und dann meinte ich so, du, ich bin jetzt auch noch etwas, sag ich mal, müde von der Hafenrundfahrt, die ich einen Tag zuvor hatte. Da meinte ich dann auf jeden Fall so, du, ich bin jetzt aber auch an so einem Punkt, ich bin, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann meinte er, Joko, du kannst jetzt nicht nach Hause gehen. Das war dann danach, also quasi nachdem die Oper vorbei war und alles. Und dann gab es noch draußen so einen Empfang. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt los. Und dann meinte er, Joko, das geht jetzt erst los. Und dann meinte er, was geht los? Und dann meinte er, die Party. Und dann meinte er, was denn für eine Party? Und dann meinte er, Joko, du warst noch nie hier. Und ich so, nee, ich war noch nie hier. Joko, das ist die unglaublichste Party überhaupt. Und ich schwöre dir, ich war schon auf so vielen Veranstaltungen. Wenn Bicky Rosé das sagt, dann ist, also. Na, aber ernsthaft, das war so unglaublich. Also so eine Oper hat ja einen riesen Rückbau. Also hinten dran ist ja linke Seite, rechte Seite hinter der Bühne, wo Kulissen, Bühnenbilder, alles reingebaut werden können. Nach hinten geht es nochmal irgendwie 50, 60, 70, 80 Meter tief rein in einer Größenordnung, wie man es sich nicht vorstellen kann. Also wirklich 15 Meter hohe Decken, unübertrieben jetzt. Und die bauen diese ganze Oper. Also da, wo sonst halt alles gelagert ist, ist alles leer. Und dann machen die da, da gibt es verschiedene Bereiche, wo du essen kannst, wo du trinken kannst, wo es Fingerfood gibt, wo eine Bar aufgebaut ist, einen riesen Dancefloor. Da hat eine Band gespielt. Und dann ist das aber alles gedreht. Du guckst quasi in die leeren Ränge der Oper, die beleuchtet sind, was ein unfassbar geiles Bild ist. Weil ich finde, das sieht eh immer so krass aus, wenn du in solche Hallen reinguckst oder in solche Säle reinguckst, wie geil die immer aussehen. Aufgrund der Anordnung der Stühle und alles dann immer in dem Fall, die hatten so senfgelbe Bezüge, das sah alles so irre aus. Und dann hast du diese riesigen Decken mit den unfassbar krassesten Technikansammlungen da unter der Decke hängen. Und dann hatten die eine ultra große Disco-Kugel da hängen. Geile Musik, irgendeine Live-Band, die da gespielt hat, aber halt nur Hits, Hits, Hits. Das klingt jetzt alles total von wegen, der Joko ist wirklich 40 geworden, dass ihm das gefallen hat. Aber es war richtig gut und es hat mich so massiv geärgert. Und jetzt komme ich zu der Bahnfrage, weil ich am nächsten Morgen ganz früh mit der Bahn von Berlin nach München gefahren bin, weil ich jetzt auch heute hier Termine hatte. Und das war einfach für mich, war das so, also ich wusste, ich kann jetzt hier so lange bleiben, bis ich die Bahn morgen früh verpasse, weil ich einfach nicht aufstehen kann, weil ich wusste auch, dass das da Sodom und Gomorra werden kann. Und bin dann aber ganz sauber abgehauen um ein Uhr. Habe dann auch Lose gekauft und Lose gekauft und Lose gekauft, kannst dann Lose kaufen und was gewinnen. Und jedes Lose kostet 20 Euro, ist dann eine Spende für die Deutsche Aids Stiftung. Und habe sogar was gewonnen. Auf die Nachfrage habe ich jetzt gewartet, kam aber nicht. Habe sogar was gewonnen. Eine Übernachtung in Hamburg habe ich gewonnen. Holiday Inn und zwei Tickets für ein Stage Musical habe ich auch noch gewonnen. Und da kannst du gerne mit hinkommen. Ich hasse Musicals. Ich finde Musicals das wirklich Schlimmste der Welt. Da kannst du mich richtig quälen, wenn du mit mir in ein Musical gehen musst. Könntest du mich genauso, deswegen überlege ich noch, wem ich damit einen Gefallen tun kann. Das ist ein tolles Wichtelgeschenk. Den nächsten Tag Adventswichteln, da kannst du das einfach reinschmeißen. Das ist doch total gut bei euch in der Florida TV. Da gibt es bestimmt ein paar Musical-Fans. Ich dachte jetzt erstmal so an Familie, weil ich habe in der Familie auch so ein paar Musical-Fans, wo ich vielleicht mir die Gedanken mache, ob ich das dahin gebe. Aber, und jetzt kommt tatsächlich meine Bahnfahrt. Ich überlege ernsthaft, und das ist ein Satz, den wollte ich nie sagen, weil ich so überzeugt davon bin, dass es richtig ist, Bahn zu fahren. Die Bahn kriegt mich dahin, dass ich fliegen möchte, weil es einfach unglaublich ist. Wir sind in Berlin losgefahren und in Halle, das ist der erste Stopp. Wenn du den Sprinter hast, der dauert drei Stunden 58 und das ist das Geile, wenn du da überhaupt einen Platz bekommst, das ist mittlerweile echt fast unmöglich, weil der immer, wegen zu hoher Auslastung, kannst du kein Ticket reservieren. Und ich fahre halt grundsätzlich nur mit dem Zug, wenn ich eine Reservierung habe, weil ich keinen Bock habe, das habe ich ja ein paar Mal erlebt, da irgendwie vier Stunden auf dem Boden zu sitzen. Wir haben in Halle gehalten, 45 Minuten, weil zu viele Menschen an Bord waren. Und die haben die Durchsage gemacht, wir holen gleich die Bundespolizei. Wenn jetzt nicht noch mehr Leute, also die haben es ganz nett formuliert und die haben die Situation sehr professionell gehandelt, die Herrschaften, die da auf dem Zug waren. Aber du stehst da und denkst dir, wieso ist es überhaupt möglich, dass so viele Menschen hier an Bord kommen können, dass wir losfahren, um dann beim nächsten Stopp festzustellen, es sind zu viele Menschen an Bord. Das gibt es bei keinem anderen Fortbewegungsmittel, keine Fähre dieser Welt. Oder wenn sie zu viele Menschen mitnimmt, ist es so lebensgefährlich, dass sie wahrscheinlich an Ort und Stelle wieder runtergebracht werden. Oder wenn nicht, kennen wir diese ganzen Geschichten und es sind wirklich tragische Enden. Oder in einem Flugzeug ist es auch nicht möglich, dass mehr Leute drauf können, als Plätze da sind. Warum macht die Deutsche Bahn das? Weil jeder in diesem Zug war so genervt von der Situation, wie sie ist, dass es einfach wirklich keinen Spaß macht, da mit denen zu fahren. Und du denkst dir so, es kann doch nicht euer Ernst sein. Warum, und das verstehe ich auch nicht, ist es immer noch so, als wenn man 1800 weiß ich nicht was hat, dass du in jede Bahn einsteigen kannst. Wenn ich ein Ticket habe, kann ich da einfach rein. Da kontrolliert mich erst jemand in dem Moment, wo ich, ich bin auch schon ganz oft, weil ich so viel Bahn fahre, nicht kontrolliert vor Ort. Das ist auch schon passiert. Wo ich mir denke, das gibt es doch nicht. Jedes Fortbewegungsmittel, in das ich einsteige, wird, gerade wenn es so ein großes Öffentliches ist, wird so reglementiert beim Einstieg, dass nur die drauf können, die auch ein gültiges Ticket haben für diesen Zug. Oder die eine Sitzplatzreservierung haben von mir aus. Weil das einfach keine zufriedenstellende Erfahrung ist. Und so viele Menschen müssen Bahn fahren und so viele Menschen tun es. Und die Bahn kriegt es hin, diese Menschen einfach zu verprellen. Das macht mich richtig rasend. Und ich bin nicht, ich will jetzt nicht ranten oder so, aber es macht einen wirklich, wenn man so auf Bahn fährt, müde festzustellen, wie viele Dinge da falsch laufen. Ich würde gerne als Berater für die Deutsche Bahn arbeiten und würde wahrscheinlich im Finger um fünf Dinge sofort ändern. Und ich wüsste, dass sie massiv dazu beitragen würden, dass das Bahnfahren mehr Spaß macht. Du hast mich ausreden lassen. Ich habe Angst, jetzt kommt irgendwas. Also ich persönlich generell finde ich Rant gegen die Deutsche Bahn schon mal schwierig. Weil ja, ich habe, bei mir gibt es noch nicht mal mehr Bahn. Ich finde es erst mal total abgefahren, dass es so ist, dass man einfach reinsteigen kann. Neben der Tatsache, dass ja wahrscheinlich, also es passiert jetzt ja auch nicht so oft, wenn du es statistisch auf die, es sind halt die Hauptverkehrsachsen. Und ich glaube, das geht halt nicht zu reglementieren. Glaube ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ich arbeite ja nicht bei der Bahn. Aber es ist ja logisch, dass wenn du halt eine limitierte, also genau das ist ja die Qualität auch, dass du schnell und kurzfristig anders hinfahren kannst, dass du mal einen anderen Zug nehmen kannst. Und das versuchen sie ja schon safe über die Zugbindung und über Rabattierung. Also genau sowas versuchen sie ja zu regeln. Aber dann wird es immer mal irgendwelche unvorhergesehenen Situationen geben. Und dann kommt natürlich auch der Ego-Trieb des Menschen. Also so jeder sieht sich ja selber, als ich muss da aber jetzt hin. Weißt du, also so, natürlich geht da niemand raus. Ja, total. Freiwillig und sagt, das mache ich jetzt anders. Und ich bin doch jetzt so früh aufgestanden und was auch immer. Und am Ende ist es vielleicht sogar so, dass die Bahn mir dann eher leid tut, weil die damit, wie sollen sie es denn lösen? Also weißt du, so und ich bin eher neidisch drauf, muss ich schon auch zugeben. Weil hier, also so wie das hier ist, wie hier alle Verkehrs-, also wie voll es einfach, wie du hier jonglieren musst. Du hast ja, wenn ich nach L.A. gehe, dann ist es eine Dreiviertelstunde Fahrt oder zweieinhalb Stunden Fahrt. Also ich hatte jetzt, letzten Mittwoch hatte ich die Situation, dass ich, da war ich hier so eine Veranstaltung von der Formel 1 und abends bin ich mit den Leuten, die da teilgenommen haben, dann nach Austin geflogen. Von einem Flughafen, der nördlich ist. War noise, war nice, wie der heißt. Also nördlich von Hollywood. Und dann wollte ich eigentlich erst nach Hollywood zu der Veranstaltung, dann hat das nicht geklappt, was auch immer. Und dann war ich so hier, hab geguckt, ja, ist eine Stunde zehn. Und dann habe ich eine Stunde später, wollte ich mir ein Uber bestellen, dann waren es drei Stunden 40, der Ablauf, also so die Reisegeschwindigkeit. Also das ist wirklich der Normalfall, der passiert dadurch, dass du nur die Straße hast und nur den Verkehr hast. Und das gibt es ja ehrlicherweise nicht in Deutschland, dass du, also es wird ja nicht auf einmal irgendwie zu, es ist ja schon richtig crazy, wie zuverlässig am Ende das ja doch ist. Also natürlich ist es nicht geil und natürlich verstehe ich das, dass das, dass das ja, aber die Anzahl der Züge und die, die, die natürlich, also bist du mal in Japan gewesen? Bist du da mal Zug gefahren? Das ist halt, das ist halt Wahnsinn. Nee, aber da denke ich jedes Mal dran, wenn ich in Deutschland, ey. Das ist wirklich crazy. Aber wieso kriegen die das hin? Ich würde mir, also dann näher ich mich von einer anderen Seite diesem Thema. Ich würde mir doch einfach nur so sehr wünschen, weil ich selber ein solcher Fan von diesem Produkt Bahnfahren bin, dass es geiler ist, weißt du, dass diese Experience Bahnfahren und wirklich, ich habe es jetzt geschafft, ich weiß nicht, wie lange da andere Menschen für gebraucht haben oder ob das was Besonderes ist oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber ich habe jetzt in zwei Monaten den Bar-Komfort-Status erreicht. Den habe ich, glaube ich, das letzte Mal zu einer Zeit gehabt. Da habe ich in Hamburg gearbeitet und in Berlin parallel. Da habe ich ewig gebraucht, um ihn zu kriegen. Ich glaube, du hast eine Bahncard-Hunde. Das ist so. Hast du, Donne? Du hast, du kaufst dir doch immer. Ich habe eine Bahncard-Hunde auf, nee, nee, ich habe eine Bahncard-Hunde auf Probe gehabt. Ach so. Und das ist aber, ach, das ist eine lange Geschichte. Du kannst dir diese drei Monate holen. Das ist das geilste Produkt der Welt, finde ich. Ja, aber nee, das ist eben nicht das Allergeilste. Nein, das ist eben nicht das Allergeilste. Und deswegen bin ich auch davon weggegangen. Nee, weil bei der Bahncard, also du hast, wenn du dir eine Bahncard-Hunde holst, hast du, glaube ich, keine Ahnung, 100 Platzreservierungen, das ist eine random Zahl, 100 Platzreservierungen integriert. So. Und jetzt gehe ich hin und ich will ja mit der Bahncard-Hunde einfach einsteigen und einen Platz haben. Aber ich will nicht mit der Bahncard 100 hingehen müssen und sagen, ah, dann gucke ich mal, ob ich auf dem Zug fahren kann, weil ich muss mir ja noch eine Reservierung holen. Das müsste ich trotzdem machen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, fuck it, ich brauche keine Bahncard 100. Dann hole ich mir lieber ganz regulär ein Ticket, weil ich muss eh gucken, ob ich einen Platz kriege oder nicht. Warum das in Japan klappt, ist, weil die Menschen respektvoller sind. Ja, ich will doch auch nur, ich will. Sie sind weniger egozentrisch in Japan, das sind die zwei grundlegenden Sachen, weil sie nicht nur über sich nachdenken, weil sie tatsächlich, das ist ja in der Kultur, in der japanischen Kultur, ist Respekt sehr verankert und sie finden das als persönliche Beleidigung, wenn der Zug zum Beispiel zu spät kommt oder wenn Platz verkauft ist, was nicht da ist. Also da ist das System ja so, dass du nur mit einer Karte auf das Gleis kommst. Das heißt, das ganze Netz wurde anders aufgebaut. Also du brauchst ja eine komplette andere, also du kannst natürlich davor kontrollieren und dann kannst du auch zuggebunden darüber machen und lässt die Leute nur rein. Das ist einfach ein physischer Vorgang, weil du halt dann die Bahnsteige zumachen musst. Also du brauchst ja irgendwo davor eine Kontrolle und nicht mehr andersrum. Also da würde ich jetzt mal, das ist ein so großer Schritt im deutschen Bahnsystem, wie viele Bahnhöfe müssten du da umbauen? Das ist ja einfach unrealistisch, das ist ja Quatsch. Also das System ist ja nun mal in New York, ist ja auch die U-Bahn so, dass das so aufgebaut ist, aber ich glaube nicht, dass du das draufspielen kannst. Aber es ist ja auch, ey, am Ende ist die Deutsche Bahn, ich bin da eher neidisch, freu dich, dass es das gibt und geh bitte nicht zum Flugzeug. Weil jetzt, also wie ist die Geschichte denn ausgegangen? Mann, werde ich eh nicht tun, werde ich eh nicht tun, aber der Punkt ist einfach, die Geschichte ist so ausgegangen, dass nach einer Dreiviertelstunde immer noch keine Bundespolizei da war und der Zug einfach losgefahren ist. Mit allen drin? Ich kann es dir nicht sagen, aber es hieß dann, ja, jetzt haben genug Menschen den Zug verlassen, wir brauchen die Bundespolizei nicht mehr, wir können die Fahrt jetzt fortsetzen. Ja. Ja, ist dann auch so. Mein Gott, ich verstehe auch deinen Punkt, dass du sagst, ey, gibt es hier nicht, hätte ich gerne, aber auf meiner Seite der Erdkugel ist es halt nur mal so, es gibt es und man fragt sich so, natürlich wäre das ein Riesenaufwand zu sagen, man macht einen Bahnsteig zu, aber es würde diese Erfahrung Bahn wesentlich spannender machen für jeden, der es nutzen möchte. Du glaubst, dass niemand bei denen bisher auf die Idee gekommen ist, den Bahnsteig zuzumachen. Na, aber irgendwann musst du doch mal damit anfangen. Hast du mir nicht mal dieses Sankt-Cost-Prinzip erklärt? Ist das nicht so ein bisschen vergleichbar? Du musst doch irgendwann sagen, okay, entweder man lässt es, genau, entweder man lässt es oder man macht es, weil es halt die bessere Variante ist. Und ich finde, hier reden wir von einer besseren Variante, weil es wird das essentielle Fortbewegungsmittel werden müssen. So, und wenn du jetzt schon anfängst, im Hier und Jetzt, ich habe ja keine Ahnung, wie die Pläne sind. Also, wenn mich jemand von der Deutschen Bahn gerne mal abholen möchte, more than welcome, inhaltlich, aber es ist halt einfach so, man weiß ja auch nicht, wo die Reise hingeht und deswegen macht man sich einfach Sorgen. Ich bin quasi pro Bahn und möchte ja nur, dass das tighter wird. Wenn wir von einer User Experience reden, ich möchte, dass sich das so anfühlt, wie wenn ich ein Apple-Produkt aus der Schachtel hole. Oh, da klappt die Werbung an. Bei O2U, ladies and gentlemen, könnt ihr euer Angebot selber so zusammenstellen, wie ihr möchtet. Das heißt, ihr bestimmt, wie viel ihr vorm Handy anzahlt, wie lang die Laufzeit ist, wie großes Datenvolumen sein soll. Im Großen und Ganzen ist alles frei konfigurierbar. Wenn ich Eis bestelle, normal bei OKCOOL übrigens in Heidelberg-Wiebling, würde ich eine Kugel Stratzer-Teller, guck mal, ich habe die Werbung so ein bisschen gekapert, das gehört meinem Schwager, den muss man ja mal supporten. Und du bist da ja auch. Also ich meine, du warst noch nicht da. Doch, du warst am Anfang einmal da. Oder? Du triffst es ab. Ich war schon mal da, aber da war der Laden noch nicht auf. Okay, egal. Also, wenn ich drei Kugeln Eis bestelle, dann kann ich ja variieren und so ist O2U auch ein bisschen. Also unterschiedliche Eissorten. Genau, du kannst dir deine Eissorten selber zusammenstellen. Ich hätte kein Streusel zu meinem Stratzer-Teller-Eis. Streusel, ja. Ich hätte kein Streusel oben drauf. Wenn du Streusel wünschst, sollst du Streusel bekommen. Es gibt nämlich jetzt tatsächlich jeden Monat noch ein Special und zwar eine Smart... Sag, was gibt's, Joko? Sei so gut, was gibt's? Ein Smartphone-Special. Es gibt immer ein besonderes Angebot zu einem bestimmten Smartphone, was noch so als Streusel doch oben drauf geht, weil es genauso ist. Nicht dein Ernst. Batschi. Gibt's auch Batschi als Eis? Was gibt's als Batschi? Weißt du, was Batschi ist? Ein Quiz. Batschi ist ein Quiz. Batschi ist Schokoladenüberguss. Giancarlo, mach mir Batschi. Ich hätte gerne Eierlich hören mit Batschi. Ja, wir können es auch einfach O2 Batschi nennen. Vielleicht gibt's das den Leuten... Nein, es heißt O2U und es ist tatsächlich mega individuell und alles total gut. Und jede Woche reden wir auch über unseren O-Moment. Und der O-Moment der Woche, lieber Joko, ist ja wohl safe, das Video. Also ich meine, entweder... Ich bin eine Runde mit Toto Wolf gefahren. Hast du das gesehen? Mir war sehr schlecht danach, aber der wirkliche O-Moment, finde ich, ist dieses Video, was du mir geschickt hast von dem Lieferanten. Also was zur Hölle ist da passiert? Ja, der hat... Da gibt's ein Video von dem Typen, der ist hingegangen und der hat bei irgendeinem Online-Handel bestellt und dann kannst du ja immer eine Nachricht an den Paketdienst oder so noch da einfügen. Und dann hat er halt gesagt, ey, wenn das Paket abgeliefert wird, singen Sie bitte folgendes Lied. Your package is there, your package is there, oh, oh, your package is there. Und er hat halt so einen Klingel, wo halt die Aufnahme von dem Paketlieferanten ist, wie der Paketlieferant wirklich auf sein kleines Tablet guckt und sieht so, ah, okay, ich soll was singen. Und dann hat er dieses Paket... Kannst du es mal vormachen, kannst du es mal singen? Hey, oh, your package is there, your package is there, your package is there, hey, oh, your package is there. Und legt das da hin und geht wieder, weil das ist ultra gut, weil es ist so fein und klein und es macht allen Freude. Sehr gut. VO2U. Aber wir müssen ja gar nicht weiter jetzt hier über die Deutsche Bahn erhänden. Am Ende meine ich es auch nur gut, es hört sich vielleicht anders an, aber ich meine es auch nur gut. Ich bin ja bei dir, es ist toll, dass es das gibt. Aber wie löst du so ein Problem? Du musst es nach L.A., hast du eben gesagt, ne? Und auf einmal ist es drei Stunden 40, auf einmal ist es drei Stunden 40 anstatt irgendwie anderthalb Stunden auf deiner Uhr. Du wusstest ja, das ist nicht abbildbar. Ich habe einen Helikopter, ich habe einen Freund angerufen, der ein Helikopterunternehmen hat, was natürlich den CO2-Print wieder schlimm gemacht hat, aber der hat für Start und Benzin und dann habe ich noch den CO2-Ausstoß des Helikopters sauber gestellt. Da habe ich, glaube ich, acht Tonnen CO2-Ausstoß dafür gekauft und da gibt es ja so Webseiten, wo du quasi das dann, das ist wohl der, aktuell mache ich das zumindest so und bin dann nach Van Neuys mit einem Heli geflogen. Das war extrem geil natürlich. Also so blöd, wie es klingt, das ist halt im Untergang über 32 Minuten. Und der Clou ist halt, dass du in den USA, kannst du einfach dann, du kannst ja direkt hingehen, der landet neben dem Flugzeug, in das du dann, also der Netto-Weg waren 21 Meter zwischen Helikopter und Eingang Flugzeug. Das ist schon echt abgefahren. Also das ist halt USA und das ist dann Van Neuys. Also wenn du je nach Van Neuys, also V-A-N, neues Wort N-U-Y-S, ist ein absoluter Geheimtipp für dich, falls du irgendwann mal in die Situation kommst. Es gibt da, Signature ist der Service, der die meisten Privatflüge abfertigt, die gechartert sind. Also du brauchst immer einen Abfertiger, also irgendjemand, der hin und her schiebt und startet und was auch immer. Und die heißen weltweit sehr, sehr oft Signature. So heißt diese Firma, die das betreibt. Und Van Neuys hat Signature West und Signature East. Die haben zwei auf zwei unterschiedlichen Seiten. Und das muss man davor rausfinden, wo man losfliegt. Also Joko, wenn du das nächste Mal nach Hollywood wegfliegst und irgendwo, als wir da, also ich bin da hingegangen, musste dann nochmal zwei Stunden warten, weil Valtteri Bottas ist da mitgeflogen, ein Fahrer, ein Formel-1-Fahrer. Kennst du doch, du kennst ja Valtteri. Ah, das war, ich habe, tut mir leid, tut mir leid. Valtteri, klar. Valtteri. Bro, Valtteri ist mitgefahren und der ist, und Daniel Ricciardo ist auch mitgeflogen. Die teilen sich dann, also so, die waren halt zusammen in der Aktivierung. Dann gibt es da mehrere Leute und die haben ja dann immer irgendwen dabei. Und der eine von denen musste aber, weil irgendwie der Transfer falsch gefahren ist, nochmal ins Hotel zurück, weil die Koffer da noch waren und hat sich dann noch am Höhepunkt verzockt. Und da habe ich, hast du auf Instagram gesehen, da habe ich so auch, da haben wir Uber Eats dann bestellt. Du hast Essen. Und haben das wiederum mitgenommen in den, ja, Mexiko, mexikanisches Essen, Tacos und so weiter. Und die sind alle so übergeschwappt. Und dann bin ich mit diesem voll gesapften Zeug, bin ich dann in den Privatflieger gegangen und dann hatten aber alle tierisch Hunger, weil sie den ganzen Tag gearbeitet haben und haben alle gefressen und während dem Startvorgang haben die schon alle gegessen und also wir waren wirklich schon zwei Stunden zu spät und haben auf einen gewartet und also ich hätte auch fünf Stunden im Stau stehen können und es wäre immer noch im Krieg gewesen. Ah, okay, das heißt du am Ende warst du es. Ich war pünktlich. Wirklich? Ich war so überpünktlich wie noch nie. Ich hätte aber sehr viel später kommen können, aber ey, also ja. Aber du bist dann direkt zum Flieger oder warst du noch auf dem Event? Ich habe, nee, nee, das Event war weit weg. Ich bin direkt dahin, habe mein Zeug reingeräumt und bin dann in das Haus rein, um dort Baseball zu schauen. Dort waren dann die Piloten, die haben drüben Baseball. Dann gibt es halt dann so Aufenthaltsräume, wo man dann da rumsitzt und wartet. Währenddessen kam The Rock vorbei. The Rock ist auch weggeflogen. Dwayne. Ich glaube, ja, Dwayne Johnson, The Rock. Ein Koloss von einem, da kann Süle nach Hause gehen. The Rock, alter Schöne. Das ist echt crazy. Ich glaube auch tatsächlich, ich meine, du kennst ja diese Fotos von Kevin Hart und The Rock. Ich glaube, das Problem ist gar nicht, wie klein Kevin Hart ist, sondern wie groß The Rock ist. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich richtig wahnsinnig. Naja, auf jeden Fall sind wir losgeflogen und alle haben schon gefressen. Und während dem Startvorgang ist so ein Wackeln angefangen und dann hat das ganze Flugzeug richtig krass angefangen zu rattern. Dann hat es asozial gestunken und dann hat er den Startvorgang abgebrochen. Was, ich weiß nicht, ob du das mal hattest, was wirklich kein Spaß ist, weil die ja eine Vollbremsung dann machen und volle Kraft nach hinten sozusagen machen. Das alles mit den Burritos in der Hand und mit den sapschenden, komischen Sachen. Natürlich hatten wir, jeder hatte so eine Serviette und war schon komplett Point of no return sozusagen. Das war so eine Sauerei. Und dann sind wir wieder zurückgekommen und dann ging es ja erst, also dann war ja, das Ding war, ich meine, dann sind die Piloten da so raus und beim Handylicht sind die dann an den Reifen und der Reifen war komplett im Arsch. Da war irgendwas, Hydraulik. Ich glaube, der hat sich quergestellt, der Vorderreifen, während dem Start, wirst du, und hat da nicht mehr gerade gemacht. Aber ey, also du kennst doch diese Videos von Flugzeugen, die den Vorderreifen quer haben, weißt du, wenn sie landen, da gibt es auch so ein paar, die quasi sind nicht froh, dass das nicht in der Luft passiert ist, also dass er noch am Boden geblieben ist. Und dann mussten wir noch mal drei Stunden warten und dann haben wir das Flugzeug getauscht und dann irgendwann ging es los. Irgendwann in der Nacht kamen wir dann an. Also weißt du, ich sage ja immer, ihr habt wenigstens Privatjets da drüben in Amerika, ne? Bei uns ist das Ding, ich weiß ja gar nicht, warum du jetzt auf Privatjets so rantest. Ich bin da nur das Plus Eins, ich bin da mitgeflogen, ich kann ja nicht. aber ich finde die Parallelen der Geschichte sehr schön. Ich rante darauf, dass zu viele Leute, dass zu viele Leute in die Bahn einschauen. Nein, nein, du hast nicht gerantet, aber dann sagst du mir so, ey mein Gott, und dann war ich halt auch am Ende, fünf Stunden später da als geplant. Passiert einem halt auch, wenn man im Privatjet fliegt. Das finde ich das Schöne an der Geschichte eigentlich. Absolut. Wenn jetzt noch zu viele, oh, wir haben den einen, kennst du noch Dan? Ja klar, unseren Bro Dan. Ja, ja, ja. Und Dan macht Twitter, ist ja so ein bisschen sehr lustig, aber ist ja auch ein bisschen nerdig. Ist halt ein Internet-Dude, weißt du? Ja. Und der hat da so, und der war natürlich da auch dabei, und der kam dann dazu, und der hat tagsüber ja Teamwear an, offizielle Kleidung, und kam hin, als die ankamen mit weiteren und so weiter, waren wir halt schon, haben wir schon ewig gewartet, und dann kam der rein, hat hallo gesagt mit Daniel Ricciardo, mit dem sind wir da losgeflogen, und der hat dem dann auch hallo gesagt, und ja, hey, nice to meet you, und die kann sie nicht davor, und bla, ich kenne Danny ganz gut, und bin mit denen dann so reingegangen, alles gut, und Dan, der Twitter-Dan von uns, ist auf die Toilette gegangen und hat sich umgezogen. Das hat aber niemand mitgekriegt. Und als wir dann Mexikaner schon gefressen haben, die Tür schon zu war, kam er so übers Rollfeld, nachgelaufen, und so, wait, 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 wir hätten super knapp den verpasst, und das wäre so peinlich gewesen, wenn wir verpasst hätten, dass wir den mitnehmen, und es war so geil, weil ich dann so, wait, 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 we forgot that, und Ricciardo hat dann so geil, so, never liked that guy. Weißt du, hat ihn zwölf Minuten davor kennengelernt, sehr, sehr lustiger Typ, der ist tatsächlich mega, also so, du hast den ja nur kurz kennengelernt, in Silverstone, oder? Der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr lustig, den liebe ich über alles. Ricciardo habe ich gar nicht kennengelernt. Achso, okay. Nee, der ist tatsächlich mega, und, ja, und dann war Wochenende, ich meine, Louis hat gewonnen, Weltmeistertitel Nummer 8, für mich sozusagen. Ich wollte gerade fragen, wie viel der Titel ist das für dich? Nummer 8. Genau, der hat, und Herr Ripke, wie fühlt sich das an für Sie, dass Sie zum 8. Mal Weltmeister mit irgendwem geworden sind? Äh... Ist das, flasht dich das noch? Ist der Moment dann immer noch Gänsehaut, wenn da Louis Hamilton, ist halt Zweiter reingekommen, ne? Ist ja nicht mehr Erster, sondern weiter lieber Erster. Ja, der ist Zweiter geworden, also grundlegend war es ja ziemlich klar, ich glaube, der hätte sogar nur einen Punkt holen müssen, und dann wäre es vorbei, das war die extra. Ja, ich dachte, er ist ihm gereicht, ja. Genau, und der, aber nach Samstagabend, da war nicht so gut Samstag, und dann haben die da so versucht, das andere, also natürlich ist es crazy, also es ist schon, man merkt schon, wie die Last von ihm abfällt, und wie das dann da ist, und, aber natürlich ist es auch die Nummer 8, also so, ich habe versucht, noch emotionale Geschichten zu erzählen, und, aber es ist, also, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass Rio, das war halt einfach völlig wahnsinnig Rio, also Rio war ja auch, für mich als Fußballfan, und als deutscher Fußballfan, und dann so völlig wahnsinnig, und da, also da, in Rio war es wirklich so, dass ich nicht mehr dachte, das wäre die Realität, also da habe ich mich gefühlt, wie so ein, wie ein Film, also wie ein, das kann gar nicht passieren, Rio habe ich auch die letzten 40 Minuten des Spiels, habe ich gebetet, was ich, ich bin nicht gläubig, und habe es noch nie gemacht, aber da war ich einfach, da bin ich durchgedreht. Aber weil du im Moment so sehr wolltest, als Fußballfan. Ja, aber auch als Fotograf, weil ich wusste es, also das, das kommt nie nochmal so nahe zusammen, dass ich da sitze, ich meine, ich saß da auf Reihe 1, Platz 1, und habe, ich hatte ja gar kein Ticket, ich hatte ein Ticket oben, unter dem Dach, bei Family & Friends, neben Johannes B. Kerner, und wer da sonst so saß, und bin dann einfach runtergelatscht, und da war der eine Platz in der Reihe 1, Platz 1, war so abgetapet, auf dem, von dem, mit einer Plastiktüte und Gaffer-Tape, weil die Führungskamera, also eine Kamera musste, Jogi Löw sitzt ganz am Rand der Trainerbank, und die ist ein bisschen runtergesetzt in Rio, im Maracaner-Stadion, und der Platz, Reihe 1, Platz 1, war zwischen Jogi und der Kamera, und ich habe mich da hingesetzt, einfach, und bin nicht weggegangen, und habe halt, deswegen gibt es kein einziges Bild von der Kamera, nee, wer soll denn da kommen, also wie, wenn das dann, wenn du das ganz kurz vor Anpfiff erst machst, dann passiert ja nichts mehr, also so, du musst halt ein bisschen auf Lücke machen, und dann ist ja auch, also ich kannte ja schon alle um mich herum, hinter mir war Siegenthaler, der hat ja auch, also der ist der Schweizer Taktik-Professor sozusagen, der Superchef, und Jogi kommuniziert mit dem immer, und ich, die ersten 20 Minuten des Finales, hat er immer so in meine Richtung, so, ah, die spiele doch jetzt 4-4-3, und so, und ich, ich war ja eh schon echt nicht mehr in der Realität, und dachte halt, der redet jetzt mit mir, und habe so überlegt, soll ich jetzt antworten, soll ich jetzt was zu sagen, oder nicht, und so, der hat halt immer kurz in mir vorbei, weil direkt hinter mir saß halt jemand, und ich war, da gibt es auch so Fotos, also muss ich mal schicken, das eine Bild wie ich, hinten bei der Einwechslung sieht man richtig, Vollgas, wie ich halt hinten dran sitze, also es war schon, war schon crazy, also es war einfach der, also wenn du als Besucher dabei bist, war das der beste Platz, das ganze scheiß Stadion schon, allein das ist einfach, aber da, vielleicht ist das auch der Grund, weil das, was ich ja am, am beeindruckendsten finde, ist, dass du letzte Woche zu mir gesagt hast, dass Niko Kovac sich nicht mehr lange halten wird, und Hansi Flick wird Trainer, und Sonntag wird Niko Kovac entlassen, und Hansi Flick übernimmt erstmal, die große Frage, die ich mich stelle, A, woher hattest du diese Information, W, warum hast du sie? Ich hab das auch, ich bin am allerstolzesten, dass ich das vor drei Monaten, oder vor, doch, nach, also vor Beginn der Bundesliga, habe ich das sehr vielen Leuten auch so prophezeit, und, ähm, also ich hab das schon öfter, in meinem Umfeld auch immer mal wieder erzählt, und die, also, ich, keine Ahnung, also ich bin jetzt kein, das ist jetzt nicht der krasseste Fußballer, Hellseher Moment, dass wenn die immer schlechter spielen, und ich glaube, Kovac war letztes Jahr auch schon umstritten, oder nicht? Das glaube ich auch. Also der war ja nicht unumstritten, so, und Hansi Flick ist halt einfach, ein krasser Typ, also der war auch damals in Rio, war der der krasseste Typ, der war derjenige, der ist richtig, also, ich, kommt halt aus meiner Heimat auch, aber der war so geil emotional, mit jedem einzelnen Spieler, und war so am Start, und so, und der hat ja auch, keine Ahnung, der hat, Mario Götze vor der Einwechslung, hat der so ein Bild gezeigt, von, von Freunden von ihm, von der Tochter, die, die, so ein Bild, ein selbst gemaltes Kinderbild, war auf der, auf der einen Seite war die Taktikschulung, also die, das Briefing für die Taktik, und auf der anderen war ein Bild, schieß ein Tor, und so weiter, und das ist doch, das ist doch geil, also so Sachen hat er gemacht, der ist einfach, also Hansi Flick ist so ein geiler Typ, ich, ja, also so, der ist echt ein krasser Motivator, und deswegen, also ich halte große, große Stücke auf den, und vielleicht habe ich auch einfach nur, vielleicht habe ich es mir auch nur gewünscht, für ihn, und jetzt ist es so passiert, aber also, wenn die jetzt wirklich das Triple holen nächstes Jahr, dann kann ich auch, dann kann der, dann kann der Wahrsager, ich habe hier im PCH 2, weiter gibt es ja den Wahrsager, können die dicht machen, da kannst du sagen, was du alles vorausgesehen hast, hier, hast du noch ein paar Fragen, ich kann dir noch ein paar andere Tipps geben, nee, aber ich wollte tatsächlich, weil du gerade von der Formel 1 angefangen hast, ich wollte, von Fußball angefangen hast, wie läuft denn das dann ab, ich meine, wie ist es dann für Lewis, der ist jetzt eins hinter Schumacher, für den muss das doch Ultra 6 sein, also für den muss es doch wirklich die Saison sein, wo es ja jetzt auch nicht immer, ich glaube am Anfang, das war die Saison, wo Valtteri die ersten drei Rennen oder vier Rennen gewonnen hat, wo man auch dachte, Ferrari vor allem, aber der, also, und Ferrari auch stark war, ich meine, der hat sich ja echt hart zurückgekämpft, ist der denn dann noch so angefixt, weil 6. Weltmeistertitel, der könnte einem jetzt auch am Arsch vorbeigehen. Ich glaube, der ehrlichste Moment war in der Pressekonferenz danach dann so, ich laufe dem dann hinterher zwei Stunden und versuche ihn irgendwie zu graben, aber der redet ja zwei Stunden am Stück, also der muss 8000 Interviews und jeder will irgendwas und jeder hat irgendeine Beziehung und jeder greift ihn sich und so ganz physisch auch, also es ist richtig krass physischer, also so was der an Körper und Kontakt in den zwei Stunden, nachdem er ja schon drei Stunden ein wahnsinniges Rennen gefahren ist, also es ist wirklich wahnsinnig und da, da gab es einmal so einen ganz ehrlichen Moment, glaube ich zumindest in meiner Wahrnehmung, dass er da, als er so über die Downs geredet hat, so ich meine dieses Jahr, Niki, der gestorben ist, Niki Lauda und aber auch dieser Typ, der in Spa gestorben ist, der Nachwuchsfahrer, ich glaube, das berührt ihn natürlich total krass, dann war Bono ein Wochenende nicht dabei, also sein Typ, mit dem er jedes einzelne Rennen, mit dem er immer über Funk alles bespricht und sein Haupt-Dude sozusagen, der war dann ein Wochenende nicht dabei und das war schon echt crazy, dass das er, wie er das so rübergebracht hat, also das habe ich ihm sehr geglaubt, dass er, glaube ich, es noch nie so schwer hatte, wie dieses Mal, glaube ich, würde ich sagen, also das ist für ihn eine schwere Zeit gewesen dieses Mal und dementsprechend, das fällt ihm dann schon als Last von den Jungen, ansonsten, er hat halt seine Familie dabei, da sind dann immer neun Leute dabei, das ist dann schon auch, wie wenn du mit deiner Familie irgendwo, ich weiß nicht, er muss schon ganz schön viel Transfers, wenn ich Weltmeister werde und Vater, Schwestern und alle mitkommen, meinst du? Ja, nee, also ja, das ist halt dann auch immer, immer Familie ist ja auch immer Stress. Soll ich dir was Lustiges erzählen? Ich sitze gerade in meiner Kabine hier und da kommen zwei Girls gerade und ich sehe die ja von innen und niemand ist da, außer mir. Ich mache mal ein Foto, die trauen sich nicht, sie brauchen jetzt erstmal eine. Es kommt jemand gerade zu Besuch im PCH sozusagen. Wie läuft denn das da? Also, da haben wir letzte Woche gar nicht nachgefragt. PCH läuft super. Ich habe, ach, ja, der, der, schon Audienzen vergeht. Ja, ich habe, ich habe die ersten Termine gemacht jetzt. Ich habe zwei kleine Termine gemacht, die, also man kann jetzt einen Termin, also es ist immer noch 80 Prozent der Leute kommen einfach vorbei. Also, ich habe ja versucht, das darüber ein bisschen zu, strukturieren, aber, strukturieren würde man sagen oder zu wissen, was passiert, das funktioniert nicht. 80 Prozent der Leute, es kommen auch echt ganz schön viele Leute vorbei und kommen nicht rein. Also, das hat ja diese Spiegelfolie vorne und dann gehen die hin und, und, und gehen wieder. Also, so, auch das gibt es einfach ganz, ganz oft und machen ein paar Fotos und, und, also, und, und gehen wieder. Du musst, eine Stelle musst du so ein Guckloch ausschneiden, wo man reingeschauen kann, wie ein Zoo. Ja, dann musst du dahinter, musst du auch eine Kamera aufhängen, dass man immer einer so die Hände links und rechts dran macht, weil er genau durch die Guckloch gucken möchte. Dann kannst du ein Foto davon machen, finde ich sehr gut. Ja, aber ansonsten der, ich habe ein, ein, oh, jetzt kommt David zurück. David Oswald ist gerade da und jetzt kommt er zurück. Ah, okay. Und die, warte mal kurz. Lustig, wie die da schauwenzeln, ne? Gleich kommen sie rein. Vielleicht. Ja? Vielleicht. Gucken wir mal, sie machen ja gerade Fotos mit, aber sie rauchen auch gerade nach. Ähm, sie, äh, ich habe hier einen Menschen, Anthony, der, der für mich arbeitet, der war damals Mini-Paul, so als, als, nee, Coach Ripkey, weißt du noch, bei Daily Ripkey habe ich so was auch immer und da hat er da mitgemacht und den fand ich gut und der hat bei Trader Joe's gearbeitet und da habe ich gesagt, ey, dann kannst du auch bei mir arbeiten, ich brauche hier ein bisschen Hilfe und dann mache ich so. Der hat so ein bisschen, was dem fehlt ist, also der ist total super und engagiert und geil, aber der, der macht jetzt Sachen nicht, nicht, nicht nach einer Rücksprache. Also ich habe irgendwann mal gesagt, es wäre doch cool, wenn draußen, äh, da ist so eine Freiheitsstadt, ein Foto, wenn es da ein Foto von mir gäbe, wenn ich nicht da bin, dann können die immer noch ein Foto von mir machen, dann haben wir so einen Ausdruck, den man da so dran machen kann. und dann ist halt, ich muss irgendwann, irgendwann muss ich mal anfangen, solche Sätze aufzuhören, da ist halt die Freiheitsstatue, da habe ich halt gesagt, wäre ja cool, wenn ich da wäre, dann können, auch wenn ich nicht da bin, alleine, dass du in einem Satz mit der Freiheitsstatue genannt wirst, von dir selber, um dann zu sagen, dann können die auch ein Foto mit mir machen, das liebe ich. Ach, das ist schön. Das ist die USA halt, und da wollten wir das dann, und der macht es dann einfach, also der, also, ich weiß jetzt nicht, ob es das, aber er hätte besser fragen sollen. Anthony hat dann einfach, am nächsten Tag, gibt es einen Ausdruck von irgendeinem Foto von mir, was überhaupt gar nicht dazu passt und was völlig falsch ausgeschnitten ist, und er macht es einfach so. Finde ich teilweise ganz geil, weil halt auch, also, hier war auch mal ein Platten von einem der Fahrräder, weil beim Runclub ist einer mitgefahren und dann war das Fahrrad halt ein Platten, da habe ich gesagt, oh, das Fahrrad hat einen Platten, wo würdest du es denn reparieren? Und dann gibt es keine weitere Kommunikation mehr, der nimmt einfach das Fahrrad, fährt damit weg und kommt mit einem reparierten Fahrrad zurück. Total geil, also, wirklich mega geil. Crazy. Nun, manchmal, also auch auf Insta, der macht, das Paris Klappers, den Insta-Kanal macht er selber, ballert da alles raus, was auch immer so, so eher so für richtig hält. Das finde ich auch, also ich, ich lasse da jetzt los, ich lasse das passieren und habe unter anderem auch mit ihm gesagt, ich hätte gerne ein Regal an der Wand. Dann gab es einen Vorschlag dazu, also ein, wir haben über iMessage schon geschrieben, weil ich weg war, die Woche davor und dann, dann gab es halt so ein Regal, was so, was so aus Rohren so ein bisschen war, wie die Rohrbude damals da bei dem, bei dem 24 hours, weißt du, 25 hours heißt das, so Rohre und dann gibt es da so Regalbretter aus Nussbaum, sah total geil aus. Ich so, ja, wir brauchen einfach für die Rückwand, wir brauchen Stapelzeug und dann macht es da, so ist okay, ist ein Regal mit horizontalen Brettern. Dann kam, dann hat er gesagt, ich kenne jemand, das ist ein Freund von mir, der Schreiner, und da machen wir das und dann hat er ein Angebot gemacht, das hat 3100 Dollar gekostet. Und ich war so, hui, das ist jetzt aber teuer für ein Regal und dann hat er aber noch dazu zwei Sachen im Bad, damit wir da Stapelware und was auch immer und ich war dann so, ey, aber dafür ist es dann gelöst, das sieht auch wirklich geil aus, wie, wie halt, also so ist es, der Schreiner ist halt teuer auch, weißt du, also es ist ja eine Handarbeit, das ist dann maßgeschneidert, genau auf die Rückwand. Ich baue ja auch gerade was. Ja, genau, naja, aber ich baue ja nur ein Regal an der Rückseite, also der, ich baue unter, unter meinem Treppenabsatz hier, baue ich, baue ich mir ein, ist es fertig? ein kleines, nee, morgen ist noch mal ein Termin und dann geht's los. Und ist auch teuer? Ja. Weißt du schon? Ja, dafür, dass man nicht weiß, wie lange man hier noch wohnt, ist es eigentlich Quatsch, aber ich würde einfach mal sagen, ich mach das jetzt, weil es ist halt einfach auch der Treppenabsatz, den man da als leeren Raum hat, den nutzt man nicht und ich bin mal gespannt, wie lange sie jetzt brauchen, das ist eher das größere Problem. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, so machen wir es und dann passiert es sofort. Das ist ja eher das Ding, wenn die bei dir dann sofort losgelegt haben, ist ja geil, aber hier ist ja dann eher so, dass wenn du einen Handwerker gefunden hast, mit dem du happy bist und der was macht, was geil aussieht, dass du dann in die Situation reinkommst, zu sagen, ah, okay, und wann könnt ihr? Ja, wahrscheinlich erst Januar, Februar. Nicht so gut. Hulti. Also auf jeden Fall habe ich ihm dann gesagt, macht er das am Wochenende? Ich war am Wochenende in Austin, in Texas, ich war nicht da, hat er gesagt, ja, der kommt, der macht Freitag, Samstag, Sonntag, baut er das, dann ist das da. Habe ich also final gesagt, ey, ist zwar teuer, aber völlig wurscht und jetzt go, dann ist es gelöst. Dann habe ich am Montag da Regale, wenn ich zurückkomme. Ich bin heute Morgen, Die Geschichte fängt gut an, aber ich glaube, sie nimmt kein gutes Ende. Ich bin heute Morgen hier reingekommen und In Vorfreude. Ich sage mal so, die Rückwand sieht jetzt aus, als wäre es eine Sauna. Der hat in absoluter Handarbeit, Ich stelle die mir ganz geil vor. Nee, überhaupt nicht. Es ist helle Buche, also es ist total hässliches, helles Holz, was ich total scheiße finde. Und der hat die komplette Wand verkleidet und hat auch so in ganz detaillierter Handarbeit zum Beispiel die Klimaanlage so eingefasst, sozusagen mit so ganz filigraner, toller Arbeit. Das sieht aus, also im Stanglwirt würde ich es gerade noch so akzeptieren, aber wir sind ja hier in Kalifornien in einem, also es ist wirklich auch, es ist wie so ein Partykeller von vor 20 Jahren. Also es ist so, und vor allem kein Regal. Und ich verstehe nicht den Sinn dahinter, was soll das? Also so, ich bin, und habe mir halt sofort so geschrieben, Anthony, Bro, du solltest ein Regal. Wo auf dem Weg sind wir falsch abgewogen, dass jetzt eine Holzwand hinten hingekommen ist? Und was vor allem ist mit den 3.100? Also hä? Was ist denn? Hä? Ich verstehe es nicht. Und war so, keine Ahnung. Und dann war er so, ja, das mit den Rohren hat nicht geklappt. Deswegen hat er sich eine andere Lösung überlegt und er fand das ganz schön so. Nein, ich bin nicht in Ernst. Und da, also der kommt auch erst morgen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, arbeitet er nur. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Gespräch morgen, aber ich musste ihm ja schon mal sagen, das wäre ja dann schon ein Moment, wo mein Telefon mal klingeln sollte, wenn er sagt, ach so, wir können hier kein Regal anbringen. Geiler Typ. Ich mache jetzt eine, ich schicke dir das Foto jetzt, also ich kann es dir jetzt schicken, live, und dann, dann, schick. Dann, also, ich habe es ja sauber vorbereitet, warte, der, also, ich schicke dir Beispiel, also da gibt es auch wirklich, dieses Foto gibt es, so machen wir dann ein Regal an die Rückwand. Siehst du es? Also soll es, so sieht es aus, so soll es aussehen? So soll es aussehen. Das haben wir, das war das Ergebnis von, hey, lass uns doch ein Regal bauen. Ein Regal bauen. Und das habe ich erwartet, als ich heute Morgen die Tür aufgemacht habe, und jetzt kommt, was da ist. Oh mein Gott! Was soll denn das auch? Ich habe ja auch drei Zentimeter meines Raumes verloren, der eh schon ziemlich klein ist. Das macht gar keinen Sinn. Nein, überhaupt nicht. 100 Prozent. Aber du hast Artesian Water da stehen, das finde ich schon mal gut. Ja, Hallo? Das ist ja unglaublich. Aber das kann ja nicht fertig sein. Ja, ich werde es morgen rausfinden. Das macht gar keinen Sinn. Soll ich das Gespräch mit ihm führen? Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann das anmalen. Ich kann es auch wieder rausreißen. Aber der, also ich meine, nach dem Boden ist es jetzt die zweite Hürde, würde ich mal formulieren. Oder? Ich sage mal, bei so einem Gespräch muss man immer, das ist, ja, wobei der Boden jetzt hier auf dem Foto eigentlich ganz geil aussieht. Der ist ja total geil jetzt. Also es fragt immer noch jeder, ist das jetzt so final? Ich finde es total geil. Der Weg, der Weg ist hier auch das Ziel. Was man lassen muss, ja, Anthony heißt er, richtig? Du musst das Gespräch ja positiv beginnen. Ich würde sagen, Anthony, first of all, good work. I mean, that is really thoroughly, really beautifully made. Weil es ist einfach gut gemacht. Punkt. Das ist wirklich richtig sauber gearbeitet. Die Handwerkliche Qualität ist, die Frage ist nur, aber wo auf diesem Weg, Craftsmanship 1 plus. 1. A. A sind die Grades hier. A, A, A plus A. A, Craftsmanship A. Responsibility. It's not your room. Das sieht wirklich, das ist, aber das ist krass, der Vergleich von, das ist so ein 80er Jahre Partykiller, stimmt 100%. Das ist verrückt. Das ist ja auch kein Regalfläche. Du kannst ja auch noch nicht machen. Das ist ja weiter. Man kann es gar nicht benutzen. Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach nur Holzornamente. Einfach nur eine Holzwand. Ich hatte jetzt noch gedacht, weil, nee, pass auf, weil ich hatte, es ist gut, dass ich das Bild sehe, weil ich hatte es so verstanden, dass zwischen den einzelnen, ich nenne es mal, zwischen den Lattungen von diesen breiten Holzbrettern, ja, dass da so zwei Zentimeter Platz zwischen sind. Und meine Hoffnung war jetzt noch, ey, wer weiß, vielleicht ist diese zwei Zentimeter Spalt aber drei Zentimeter tief und man kann jetzt da so ein zwei Zentimeter Brett reinklemmen, dass du da quasi was machen kannst. Aber das ist einfach wirklich nur, der hat die, am Ende muss man sagen, der hat dir kein Regal gebaut, der hat dir die Holz, der hat dir die Wand mit Holz vertäfelt. Ja. Das ist wirklich verrückt. Ich sitze wirklich gerade ratlos vor meinem Telefon und frage mich, wo kann man, wie kann man sagen, ach, Regal wollte er haben, ich mache ihm die Wand. Aber ich kann dir, ich kann dir, ich kann es ja nächste Woche dann berichten, was passiert, wie das Gespräch, also vielleicht gibt es ja eine Lösung, vielleicht ist es, vielleicht klappt es auch, vielleicht ist es auch so eine Zauberwand, wo man es mal klatschen muss und dann klappt es so raus, das Regal. Vielleicht ist es das Genialste, was wir vielleicht in den Editungen haben. Ich meine, so ein Bett, was man so in der Wand verstaut. Ja, genau. Vielleicht ist es einfach, irgendwas, vielleicht haben wir es nur falsch. Vielleicht sind das auch Lamellen. Hast du mal geguckt, ob links und rechts irgendwo so ein Seilzug ist und man kann die so aufnehmen. Nee, es ist alles richtig, das ist so mit so einer Nagelpistole. Aber es gibt noch eine zweite Sache, die erzähle ich dir auch nächste Woche. Ich habe gekündigt. Was? Wie? Wo? Warum? Erzähle ich dir nächste Woche, okay? Ich muss los. Die zwei Girls kommen jetzt raus. Du hast gekündigt? Ich warte jetzt gerade, wo du überall kündigen könntest. Es ist nicht, es ist... Nicht die Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Bist du eigentlich mal ganz kurz, das Schickwort Fitnessstudio, bist du mittlerweile mal bei diesem Typen gewesen? Das habe ich dir zum Geburtstag geschenkt. Nein, ja. Ey, Paul, schick mir die Nummer. Ich habe das schon bezahlt. Ja, wirklich? Oh. Ja, sicher? Schick mir die Nummer. Jetzt sofort, dann melde ich mich bei dem morgen. Dann gehe ich mal... Ich habe Angst vor dem. Ich dachte, du vergisst das. Nein, du gehst... Nein, pass auf. Ich höre mir nur deine Ich-habe-gekündigt-Story an, wenn du diese Woche einmal zu diesem Typen gehst. Okay. Punkt. Das kann ich dir versprechen. Auf Wiederhören, Herr Ribke. Und dann... Obwohl... Ich muss dir noch ein Lob... Also... Ja. Ich habe ja nach der Geschichte letzter Woche habe ich ein bisschen geforscht nach Aufnahmen von dir als Dieter. Dieter. Alter Schwede, was ist denn da los? Dass das Internet sowas noch bereitstellt, das Video, was ich auf Instagram gepostet habe. Alter Schwede. Ich meine, was trinkst du denn da auf? Ja, da wollte ich auch nochmal persönlich bedanken, dass du das rausgegraben hast und das dann nochmal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hast. Das ist sehr nett von dir. Es kamen aber auch sehr viele Erinnerungen bei mir wieder hoch an diese Zeit. Och. Ja. Meine absolute... Nee, es ist eine Geschichte, die erzähle ich jetzt noch. Die erzähle ich dir noch. So viel Zeit brauchst du jetzt noch. Fünf Minuten deiner Zeit brauche ich noch. Meine absolute Lieblingsgeschichte ist, ich weiß nicht, wo das war. Ich erinnere mich nicht mehr an die Stadt, aber wir waren relativ gut im Game. Also wir hatten den Abend unter Kontrolle. Es war einer dieser letzten Gigs nach so einem langen DJ-Wochenende. Back-to-Back-Bookings und genau, keine Ahnung. Ich weiß nicht wo und wir haben dann immer gesagt, so ey komm, du machst die nächsten drei Songs, ich mach die nächsten drei Songs und wir waren gut drauf. Es war tatsächlich der zweite Termin an dem einen Abend da, wo wir dann gesagt haben, komm, wir spielen so lange, wie wir Bock haben und wenn es neun Uhr morgen zuhört. Und ich musste, du kennst ja meine Sextana-Blase, ich musste halt irgendwann wahnsinnig dringend aufs Klo, war aber beim nächsten Song dran. Ich weiß nicht mehr, was Felix gespielt hat, wusste aber, okay, und du weißt auch, wie wahnsinnig schnell ich aufs Klo gehen kann, das ist ja mein größtes Talent. Ich wusste aber auch, ich kann es schaffen, das waren irgendwie noch, keine Ahnung, eine Minute zehn oder so lief der Track noch. Ich kann es schaffen, wenn ich jetzt aus dieser DJ-Kanzel runtergehe, hinten links in der Ecke, das waren so zehn Meter, ist das Klo, da musst du durch so eine Raucher-Lounge, es gab ja dann immer noch so Raucher-Areas in so Clubs und dahinter war das Klo, das heißt, ich wusste, kann ich schaffen, ich renne dahin, ich renne zurück, dann ist eine Minute rum, habe ich noch zehn Sekunden, ich wusste, welchen Song ich als nächstes haben wollte, habe mir den schon hingelegt. Felix meinte so, gehst du jetzt wirklich noch? Ich so, ja, ich gehe noch. Und dann meinte Felix so, okay, nur dass das einmal klar ist, wir haben gesagt, jeder macht drei Songs, wenn du nicht wiederkommst, dann läuft der Song einfach aus und dann ist hier totenstille. Ich schaffe das, ich komme gleich wieder, quatsche mich jetzt nicht voll. Bin losgerannt aufs Klo, bin pinkeln gegangen durch diese Raucherlaunch durch ins Klo rein. Das kannst du sehr schnell. Also ich muss sagen, du bist ja wirklich der schnellste Pinkler, den ich wehrlebt habe in meinem ganzen Leben. Also von betreten der Toilette, uriniert und dann wieder raus, gibt es keinen, der das in der Geschwindigkeit macht. Da bin ich, da habe ich noch nicht mal die Hose auf, Ich weiß, wir waren irgendwann mal nur essen, ja, nee, ich weiß, wir waren irgendwann mal zusammen essen mit Tobi und so und dann kam ich zurück an den Platz und alle haben sich kaputt gelacht. In Barcelona. Und da habe ich gesagt, was habe ich verpasst? Und dann hast du nur gesagt so, Joko, ich habe allen gesagt, es wird keine 30 Sekunden dauern, dann sitzt du wieder hier am Tisch und du warst am Pinkeln in der Zwischenzeit. Hat niemand an dem ganzen Tisch dir geglaubt, dass du pinkeln warst? Also kein einziger, der hat gesagt, das kann nicht sein. Ja, aber was soll ich das gemacht haben in der Zeit? Rein und tritt wieder raus. Ich kann einfach, ich habe einfach immer richtig, ich kann da richtig reinballern in das Bassin. Jedenfalls habe ich gepisst und höre im Hintergrund, dass der Song doch etwas fortgeschrittener ist, als man das dann so vielleicht denkt und man, ich dachte dann so, ey fuck, ich muss jetzt los. Und kennst du das, wenn man dann eh schon angetrunken ist und manchmal in so Momenten anfängt zu rennen, wo es gar keinen Sinn macht, dass man rennt, aber ich wusste im Moment ja, ich muss auch schnell zurück in die DJ-Kanzel, gehe aus dem Klo raus, gebe Vollgas, renne voll los und was dann passiert ist, kann ich dir nicht sagen, weil es hat einen Schlag in meinem ganzen Körper getan. Ich bin drei Meter zurückgeflogen. Ja, ich habe nur gemerkt, wie es auf meiner Nase krach macht, meine Brille in zwei fliegt und ich komplett die Kontrolle über meinem Körper verloren habe und wirklich einfach, ich bin mit Vollgas in die Glastüre von dieser Raucher-Lounge rein. Die gehen so automatisch wie so eine Supermarkt-Tür mit Infrarot-Frage da oben, die geht automatisch auf, wenn du dich halt hinstellst, geht sie auf, dann kannst du durch und ich bin halt mit Vollgas gegen diese Tür. Die Raucher-Lounge war gefüllt mit, ich würde sagen, 150, 200 Menschen und ich bin in diese Tür reingerannt, dass meine Brille zerborsten ist, ich auf dem Boden lag, ich benommen gewesen bin, ich nicht, ich habe meine Brille gesucht, ich habe sie nicht gefunden, bis irgendjemand kam und mir so zwei Einzelteile in die Hand gegeben hat und meinte, hier, deine Brille und dann habe ich gesagt, danke, bin aufgestanden zum DJ, zur DJ-Kanzel, es war totenstille im Club, alle haben Felix angeguckt, ich komme hoch, Felix guckt mich mit Riesenaugen an und meinte so, Alter, du blutest ganz krass aus der Nase, was hast du getan? Und sofort kommen so Assoziationen an 39, 90, Koks reingeballert bis zum Geht nicht mehr, es läuft Blut aus meiner Nase, alle gucken mich an, ich stehe da oben, gucken mich an und es läuft Blut aus meiner Nase und ich habe so, ich bin gerade mit Vollgas in die Glastür da hinten reingeraten und habe meine Brille in zwei. Ich werde es nie vergessen, es kam wirklich, weil du diese Bilder gepostet hast auf HWFNR, habe ich diese Geschichte in meinem Kopf wiedergefunden und jetzt kommt das Allerschlimmste, die Freundin oder eine Freundin von Felix hat über tausend Ecken haben die sich an dem Abend da wieder getroffen und die hat in diesem Club gearbeitet und die hat irgendwie drei Monate später oder so hat die uns in Berlin besucht und sie hatte leider nur, weil man es nicht ausspielen konnte, da war eine Überwachungskamera in diesem Raum, ich kann versuchen, dieses Video zu organisieren, ich kann es aber nicht versprechen, da war eine Überwachungskamera in diesem Raum und du siehst nur, wie ich wie vom Hafer gestochen voll Gas vom Klo rausgerannt komme und jeder, der diesen Raum kennt, denkt sich so, nein, da vorne ist eine Scheibe! Voll rein, in tausend Stücke zerlegt, ich war wirklich, ich bin K.O. geschlagen worden von dieser Tür. Die Geschichte hast du bei mir nochmal getriggert, die hatte ich komplett vergessen. Sie hat es auf dem Handy gezeigt, ich konnte nicht mehr verlachen, das war unglaublich. Ich versuche, dir für nächste Woche dieses Video zu besorgen und schicke es dir, aber ich kann es nicht versprechen. Naja, jetzt musst du los, Entschuldigung, jetzt habe ich dich nochmal sechs Minuten voll gelabert. Hat sich gelohnt, hat sich absolut gelohnt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bis nächste Woche. Tschüss Joko. Bis später, tschüss. AWFN Heifert euch präsentiert von O2. Für mehr O in deinem Leben.